Danke für die Zeit erstmal. Und Roland, bevor wir über den Film anfangen zu reden, mich hat interessiert, weil du lebst ja schon eine Weile in den Staaten. Was würdest du sagen, wo ist mittlerweile mehr der Amerikaner in dir und wo steckt noch so die richtige Deutsche bei dir? Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, ich bin mehr und mehr Amerikaner geworden. Und das ist so speziell deswegen, weil man älter ist und sich natürlich mit Politik und Geschichte und so mehr auskennt. Und mehr, so sagen wir mal, ich habe natürlich auch durch die Filme, The Patriot und Day After Tomorrow, ich bin mehr Amerikaner. Okay, ist doch gut. Ich habe auch das vergessen, wie ich hier aufgewachsen bin. Ach komm, ein bisschen was weißt du warum? Nein, nein, nein. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich zwei Leben gelebt habe. Das ist manchmal wirklich ein starkes Gefühl. Verschiedene Kapitel quasi. Jetzt habt ihr ja den Magic Flood mitgebracht, wo es um Musik und Liebe geht. Stefan, welche Musik verbindest du mit Liebe? Oh je. Bei mir ist es im Leben, ich bin sehr oft konfrontiert, auch sehr, sehr lange Zeit mit klassischer Musik. Deswegen ist natürlich klassische Musik auch ein sehr, sehr großes Medium. Es geht in Upe immer um diese Dreierkonstellation. Und die Liebe zwischen zwei und plötzlich kommt jemand Drittes, der sagt, ich will da was, was du hast. Deswegen finde ich einfach, um Liebe zu beschreiben, einfach den klassischen Weg Liebe zu beschreiben, einfach den schönsten. Ja, und Roland, hat nicht der Omar auch was mit Musik zu tun gehabt? Hat er nicht mit Musikvideos? Und der ist immer noch total in Musik. Er ist jetzt mehr so, er hat jetzt zwei Kurzfilme gedreht. Einer ist gleich 22 Minuten lang. Von daher ist er, und es ist für ihn immer das Wichtigste, die Musik. Das ist immer, das wird wahrscheinlich ewig so bleiben. Und würdest du sagen, so seine Arbeit oder seine Leidenschaft für die Musik, hat das irgendwie so deinen Blick oder dein Gehör auf Musikalisches irgendwie beeinflusst oder verändert? Ja, ich höre natürlich viel Musik. Konstant spielt er mir Stücke vor, die er in seinen Filmen haben will. Und das ist natürlich interessant, weil er ist auch jemand, der natürlich weiß, dass er ein Kanye West oder irgendeinen Song nicht kriegen kann. Aber dann schaut er sich genau an, was da eigentlich cool ist. Und dann findet er irgendwie, welche Stücke, die er halt dann billig sind und dann benutzen kann. Und dann ein bisschen so ähnlich klingen dann, oder? Nein, 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 das ist meistens völlig anders. Aber halt die Qualität, was wir so die Ursprünglichkeit haben. Und Stefan, der Roland ist natürlich kein Unbekannter in Hollywood. Was würdest du sagen, inwiefern hat er dich inspiriert oder was hast du von ihm gelernt? Haha, das fängt natürlich sehr, sehr früh an, weil wir wissen ja, dass Roland nicht nur einen Film in seiner Karriere gemacht hat, aber natürlich jetzt so in dieser Zusammenarbeit. Wir haben nicht so viel Kontakt miteinander gehabt, weil wir einfach dann auch für unterschiedliche Bereiche quasi dann so ein bisschen verantwortlich sind. Es gibt ja sehr viele Produzenten, Co-Produzenten auf dem Projekt. Ich glaube, wir haben uns zwei oder drei, das dritte Mal jetzt getroffen. Naja, ich habe gerade zwischendurch gesagt, ich musste mal kurz die Zigarette rauchen, weil ich so aufgeregt bin. Aber ich habe das ganz oft auch in meinen letzten 20 Jahren gehabt, dass ich immer mit Leuten zu tun habe, die so viel dann geschafft haben, zu denen man aufschaut. Aber dann in dem Machen, man merkt, dass wir doch eigentlich alle mit dem gleichen Wasser kochen. Und das finde ich dann ganz schön. Und für mich ist Filmwork immer Familywork und to work with friends und in der Kontinuität. Und deswegen verstehe ich das dann auch oder so glaube ich, dich zu verstehen, das, was ich dann über dich vom Hörensagen oder vom Lesen weiß, dass du da halt auch so bist, dass du die Leute hast, um dich, mit denen du dann so deinen Weg gehst gemeinsam. Und das finde ich immer ganz toll, weil man kann sich dann miteinander im Positiven voranbringen, aber auch im Negativen und sich mal kurz streiten. Und wenn man dann die gleiche Sprache spricht, führt es einen vielleicht sogar noch ein Stück weiter, weil man sich so gut kennt und man sich so gut versteht. Richtig, genau. Und was ist mit dir, Roland? Weil im Film sind jetzt sehr viele junge Talente involviert, sehr viele junge Schauspieler. Was lernst du heute noch von jungen Talenten? Ich bin immer von Schauspielern eigentlich, ich habe richtig Hochachtung vor denen. Also, ob die jetzt älter sind oder jünger sind, zum Beispiel, der Film würde nie funktionieren, wenn wir nicht Jack Wolf haben. Den müsste man eigentlich erfinden. Weißt du, das sind so die Dinge. Und ich glaube, ich habe nie meine Hochachtung verloren vor der Schauspielkunst. Weil vielleicht, weil ich selber kaum ein Wort rauskriege, wenn eine Kamera läuft. Also, es ist so, ich habe richtig Hochachtung. Wow. Und der Jack spielt ja die Hauptfigur Tim. Und Tims Vater möchte ja, dass er auf jeden Fall auf diese Schule geht, obwohl die Umstände zu Hause eher schwierig sind. Und ich habe mich gefragt, Stefan, wann auch immer bei dir die Umstände vielleicht etwas schwieriger waren oder komplizierter, wie hast du da sichergestellt, dass du deinen Träumen trotzdem hinterherjagst? Das ist eine ganz spannende Frage, weil das sind Dinge, die ich für mich in meinem Leben eigentlich erst mit diesem Projekt verstanden habe. Echt? Ja, weil ich gebe zu, ich habe noch nie produziert zuvor. Ich bin Co-Produzent auf diesem bombastisch großen Filmprojekt. Habe in dieser Zeit so, so viel gelernt und habe für mich gelernt in der Zeit. Und da komme ich auch auf das zurück, was Roland gerade sagte mit dem Respekt vor diesem Beruf. Ich habe unglaubliche Angst vor euch. Also, ich habe Angst vor dem Action, wenn ein Regisseur sagt, Action, das ist für mich. Wow, echt? Also, ich komme vom Theater auf die Bühne zu gehen. Die 25. Vorstellungen sind für mich gefühlt wie Tode. Und jetzt quasi die Perspektive zu wechseln, völlig anders verständlich. Das ist auch für meinen ursprünglichen Beruf zu bekommen und die Angst zu verlieren. Und ich habe durch dieses Projekt und die Projekte, die ich jetzt weiter für mich angeschoben habe, gemerkt, ich habe keine Angst mehr. Und ich habe nichts zu verlieren. Und das ist das, was wir als Kind schon lernen. Wenn wir hinfallen, dann stehen wir wieder auf und laufen weiter. Und das verdienen wir als Erwachsener. Wir haben so Angst davor, hinzufallen und wieder aufzustehen. Und das habe ich verloren. Und das gibt mir irgendwie eine andere Energie. It's coming back. Dann ist das die 40er-Krise. War das eine Zukunftsprognose? Es geht ja dann so, weißt du, es geht so Aufschwung, Aufschwung und dann geht es wieder ums. Ja, aber du gehst dann noch ins Tal und merkst, dann kommst du durch die Sonne und dann geht es wieder ein Stück hoch. Oh ja, das ist schon so ein bisschen so, aber es geht schon so. Ja, aber dann irgendwann trotzdem wieder hoch, ne? Ja, ja. So, der Tim ist ja, der schwärmt richtig, also davon erzählt, dass der Enrico genau auf dieser Schule war und dass der jetzt richtig berühmt ist. Ich habe mich gefragt, Roland, als du damals angefangen hast als junger Künstler, wie entscheidend war da der Ort, an dem alles angefangen hat, um jetzt heute hier zu stehen vor mir? Okay. Ich muss sagen, ich habe damals, soweit ich mich erinnere, ich habe eigentlich Architektur studieren wollen. Das war mir aber alles zu lange und zu kompliziert. Und habe dann erfahren, dass es eine Filmschule gibt und bin dann auf die Filmschule gegangen, habe aber dann ganz ehrlich gesagt, ich will Ausstatter werden. Ja, und haben sich da elf junge Regisseure zu mir umgedreht und ich war dann der Ausstatter. Und das Set-Design und what not. Und dann habe ich natürlich Filme machen müssen, die haben dich da gezwungen dazu. Nein, 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 da musstest du Filme machen. Und ich habe dann den ersten Film gemacht mit einem Freund zusammen, der auch Student war. Und das war so ein 50 Minuten langer Film und der hieß Franz Mann. Und der ist der einzige Film, der eingeladen wurde zu Festivals. Und dann habe ich halt das Architektur-Noah-Prinzip erfunden und geschrieben. Und damals mein Professor hat gesagt, das ist viel zu schwer, meaning zu teuer. Und dann habe ich gesagt, well, you know, maybe we can get it somewhere done. Und dann habe ich angefangen halt so, den zu belabern und habe gesagt, wir müssen das einreichen. Und das habe ich dann eingereicht, so junger deutscher Film. Und habe dann nicht nur 110.000 D-Mark damals bekommen, sondern 170.000. Und dann war da plötzlich was da. Und dann haben wir dann zu einer anderen Einreichung gegangen und haben noch mal Geld bekommen. Und am Ende ist es halt so ein Film geworden, der war 110 Minuten lang Cinemascope vom Channel Dobe Stereo. Und es war ein Film, der in der Berlinale im Wettbewerb lief. Fantastisch. Wahnsinn. Und dann war ich dann plötzlich Regisseur. Ja. Und alle haben mich angeguckt und haben gesagt, ja, das ist der Regisseur. Und ich habe eigentlich damals noch nicht so richtig gewusst, soll ich eigentlich richtig das voll betreiben? Soll ich mich mehr auf Ausstattung konzentrieren? Und da habe ich gesagt, jetzt versuche ich es mal. Und dann habe ich noch drei andere Filme gedreht und bin dann in Amerika gelandet. Boah, das ist Hammer. Hammer, echt. Aber ich musste auch nie kämpfen, wirklich. Also am Drehort kämpft man immer und mit der Zeit. Aber andere Konflikte hatte ich nicht. Wahnsinn. Und Stefan, der Tim, der bekommt ja einen kleinen Zusammenschiss von seinem Lehrer, weil er sagt, er ist nicht richtig vorbereitet. Und ich habe mich gefragt, ob das dir schon mal passiert ist in deiner Karriere, dass du im richtigen Moment nicht hundertprozentig vorbereitet warst. Ja. Ich weiß nicht, wenn du jetzt auf einen Lehrermoment zurück möchtest, ich weiß nicht, ob ich den hier erzählen möchte, weil es gibt ein ganz, ganz schlechtes Bild von mir. Ich bin immer so ein Mensch, wenn ich mich dann zu Unrecht behandelt führe, dann fühle ich mich immer so, dass ich mich zur Wehr setzen möchte oder muss. Kannst du die Frage nochmal stellen? Entschuldige bitte. Und natürlich, ob du quasi schon mal im richtigen Moment, wie der Tim, wo du auf der Schule bist, mal nicht hundertprozentig vorbereitet warst. Ja, das ist eigentlich so etwas, was ich oft aus meinem Leben kenne. Ich gehe dann bis zu einem gewissen Punkt vor und merke dann, ich habe da quasi ein Package. Und dieses letzte Stückchen Unsicherheit behalte ich mir gerne bei, weil ich das Gefühl habe, ich bin dann lebendiger und aktiver und reaktiver. Und deswegen kenne ich das, was ich doch sehr oft kenne und was mir vielleicht mein Leben manchmal erschwert, wenn ich dieses Thema mal durchbrechen würde. Aber irgendwie brauche ich das in meinem Leben. Also doch, ich kenne dieses Gefühl sehr gut und doch eigentlich auch sehr häufig in meinem Leben, ja. Okay, okay. Und es gibt ja mit dem Anton ja auch noch eine andere sehr spannende Figur und der bekommt die Frage gestellt, machst du immer das, was man von dir erwartet? Und ich habe mich gefragt, wie hast du damals als junger Mann sichergestellt, Roland, dass du wirklich das tust, was du willst und nicht das, was das Umfeld von dir erwartet? Ich habe im Prinzip, mein Vater hat das unterstützt, aber der hat immer gesagt, einen Künstler kann ich mir leisten. Weil der war so ein relativ erfolgreicher Businessman und der hat immer so gesagt, ja, einen Künstler kann ich mir. Und das hat mich aber irgendwie angestachelt, dass ich so gesagt habe, hey, es hat mich ja beflügelt, sagen wir mal so. So, wenn ich, als ich dann durch die Filmhochschule gegangen bin und dann auch Erfolg hatte und dann zwei, drei Filme gemacht habe in relativ schneller Folge, als ich dann nach Amerika plötzlich ausgewandert bin, war das für mich auch so ein bisschen so, ich habe mich befreit. Ja, es ist so, weil ich war relativ eng zusammen mit meinem Vater, der hat mir geholfen irgendwie mit Banken und einem ganzen anderen Geschäftlichen und das war halt für mich so ein Freischlag, sagen wir mal so. Und das hat mich dann wirklich auch wirklich beflügelt, diese anderen Filme zu machen und die sind dann immer größer geworden und größer geworden. Und dann, ja, aber es ist so, wie gesagt, also ich hatte so am Anfang ein bisschen ein schlechtes Gefühl. Echt? Ja, dass er immer gesagt hat, einen Künstler kann ich mir ja erlauben. Weißt du so, das hört sich ja irgendwie dann... Nicht hundertprozentig überzeugend. Ja, genau. So wie gesagt, ja. Ja, genau. So wie gesagt, ja. Oh, ja, jetzt schauen wir mal. Ja, und das ist auch so eine sehr schwäbische Auffassung. Ja, das hat man, das guckt man sich das mal an. Roland, Stefan, danke vielmals für eure Zeit heute. Dankeschön. Habt eine gute Zeit in Zürich. Okay, cool. Ja, danke vielmals für eure Zeit.